moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr eure raygun verdoppeln könnt so was ihr dafür braucht ist eine raygun zum ersten und zum zweiten eine zweitwaffe die nicht gepuncht ist so geht zum packer punch leute nimmt die raygun in die hand switcht eure waffe und eine sekunde später drückt dann auf punchen so dann habt ihr zwei rayguns in der hand ich zeige euch das noch mal haltet eure raygun in der hand switcht eure waffe so switcht eure waffe drückt auf packer punchen und puncht dann eure waffe so dann habt ihr zwei rayguns in der hand leute ihr könnt diese raygun auch wenn ihr mit kumpel spielt droppen indem ihr irgendeine andere wandwaffe aufhebt und dann kann euer mate die waffe aufheben so das war's mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten video